Am 13. Mai präsentierte die Jazzabteilung der Landesmusikschule Neuhofen an der Krems die Big Band Gala. Unter der Leitung von Fritz Handelbauer und Alfred Vollbauer spielten an diesem Abend die Rocky Lemons Big Band, das Oberösterreichische Jugend Jazz Orchester sowie die Funky Lemons Big Band im Forum. Musik Unser Programm heißt Funk & Soul Homemade. Also das ist der stilistische Schwerpunkt und Homemade deswegen, weil alles Haus gemacht ist. Also die Band, ich gehöre sowieso zum Inventar und die beiden Solisten, die wir heute als Gast dabei haben, das sind beide Lehrer an unserer Schule, sehr erfolgreiche Musiker. Zum einen ist das der Gerd Raastdörfer, der jahrelang Trompeter bei Parofs de Lava, mit dem um die ganze Welt gereist ist. Und die Katrin Weber, unsere Gesangslehrerin, wo wir jetzt Schülerinnen von ihr gehört haben, ist auch eine sehr gefragte Sängerin in Österreich, erfolgreiche Kabarettistin. Und wir präsentieren heute, was wir in der Schule so zu bieten haben. Musik 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 I get so low, it's gone, and I take care, and this emptiness fills my heart. Without to run away, I drive over my car. Without to run away, I know I connect to the place you are. Oh my God, nature. Also ich bin die Anna Maurer und ich bin die Pianistin in der Band. Genau, ich bin Studentin in Wien und begeistert bei der Big Band dabei. Wie lange machen Sie das schon? Also die Big Band, die haben wir jetzt das dritte Jahr bereits und auch das dritte Programm, genau, also drei Jahre mittlerweile. Musik Der Klang, der Sound und die Vielseitigkeit. Man glaubt es nicht, aber man hört Trompeten in einem Streichorchester, in einem kammermusikalischen Ensemble bis zu Hip-Hop-Sachen und ganz modern und in der Popmusik. Also Trompeten ist wirklich, glaube ich, sogar das vielseitigste Instrument, das es gibt. Sag ich nicht, weil ich ein Trompetter bin, ist tatsächlich so. Dass es so eine Möglichkeit gibt, in Nehofen so ein Riesenkonzert zu machen und auch die Möglichkeit, die Schüler sich da anbieten, dass man die mit einbettet quasi und mit Schülern so ein Konzert bestreitet. Ist eine ziemlich einzigartige Sache. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020